Moin Pamarillos, mein Name ist Sonic und ich heiße euch herzlich willkommen auf Wraps Play. Der Kev ist mit am Schlüssel, ich gehe junglen heute. Ähm, soll ich direkt den Schlüssel mitnehmen? Ne, pass mal auf, ich nehme, ich nehme den, äh, ich nehme mir einen Angriffstoken mit. Und dann nehme ich mir einen Verpuffungskolm mit und dann farme ich mir drei Punkte und dann gehe ich den Schlüssel mit. Und dann stelle ich beide Sammler. Gute Idee? Klingt nach einem Plan. Ich probiere das mal so. Irgendwer hat das mal, glaube ich, in die Kommentare geschrieben, dass man das so macht. Und wenn das irgendjemand in die Kommentare schreibt, dann muss er natürlich recht haben, ne? Also wir testen das jetzt mal. Wir machen jetzt die beiden White Camps und vielleicht das Red Camp und dann gehen wir einfach mal zurück. Ja, Red geht easy going. Ja, das... Also irgendwas ist, glaube ich, komisch. Ich habe jetzt Nvidia geupdatet. Ja. Und? Und irgendwie ist die Farbe so, tschu, so, keine Ahnung. Komplett grell irgendwie jetzt so. Okay. Also die Farbe ist so kraftvoller. Auch schön, oder nicht? Magst du keine kraftvollen Farben? Hm, drauf an. Auch fast. Ja, welche Farben es sind halt, ne? Okay. Ich glaube, ich mache erst Red Buff, weil wenn ich den Red Buff so oder so mache, dann wäre es besser, damit anzufangen, oder? Weil die zwei White Camps bringen mir kein Level oder so. Okay, dann... Obwohl doch, die müssen wir ein Level bringen, aber hier die zwei, äh, die zwei Kleinen bringen wir auch ein Level dann. Das ist ja quasi auch ein White Camp. Ja, schon. Na ja, wenn ich jetzt die zwei Kleinen mache, kriege ich ein Level und dann kann ich den großen, bösen Roten machen. Wir bringen, es brennt sein Kopf. Ja. Der hat ein Loch im Kopf, wo Feuer rauskommt. Der hat der Red Buff so an sich, ne? Ja, so ein komischer Typ. Don't push, aber fick dir alles aus dem Leben, Alter. Wie geht hier, Frank? Kann der mal sterben? Ja, aber wie soll ich gucken? Alter, in der Mitte ist einer gestorben. Ja, wow. Warum sind die auch zu dritt in der Mitte? Links ist einer. Ja, dann killt den Murdoch mal, oder so. Frank, komm. Wohin? Nach rechts. In meinen Jungle? Nee, zu uns. Und wir könnten sonst helfen beim Ganken. Ja, ich hab noch keinen Sprung. Das müssen wir ein bisschen blöd. Noch jetzt kurzes White Camp, dann gehe ich erst mal Sammlerstellen. Noll, hier ist einer. Ja. Achtung, bitte komm noch auf. Ich hab noch keinen Sprung. Ja, hier ist noch einer. Ja, ich bin jetzt Highland. Wir rennen die Renn zu dritten im Jungle rum. Jetzt hab ich keine drei Punkte. Oh, die rennen. Oh, die rennen los. Nee, lauf da weg. Oh, ist das behindert, ey. Jetzt haben die meinen Red Buff. Ja, den haben sie. Direkt mal 0 zu 2. Ist das ein Dreier-Premade-Team oder was? Dass die da zu dritt rumlaufen? Weil der Grugs und der Murdoch... Kann ich kurz sagen. Lass dich nicht hucken, Grimm, ey. Hm. Oh, da kommt der Richter. Ja, pass auf. Richter Murdoch. Ja, links schirrt jetzt auch wieder einer. Oh, Mann. Die Runde ist schon verkackt. Nö. Rikwang hat jetzt wie viel? 2-0. Ist bei neun Punkten schon. Super, super. Ich mach das Camp, dann geh ich die Schlüssel holen. Gehen in den linken Jungle. Jupp. Oh, Mann. Der linke Tower fällt ja schon fast. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Als der Greystone überhaupt rechtzeitig da hinkommt. Ja. Ich sollte klappen. Aber grad noch so. Wenn der jetzt noch einer gewesen wäre. Wenn der Grugs noch da gewesen wäre. Der hätte die Millions einfach da weggehuckt. Grad kaputt gemacht. Und dann wäre der Tower schon weg gewesen. Aber der hat das auch genutzt zum Backgehen anscheinend. Wie ist es da? Was ist denn das will der? Ja, der sagt nicht pushen, aber pusht selber vor. Und ich mach als Last Hits, um der ist irgendwie zu behindert, das zu chatten. Komischer Kautz. Mit rosiger Haut. So sieht das aus. Wie will der? Guck. Und er schießt einfach auf Minions so. Und sagt nicht pushen, aber... Oh, Mann. Typ ist so behindert, kann man sagen. So, ich porte back. Ja, dann ping das aber auch am besten. Dass du backportest. Guck man das. Äh, benachrichtigen und dann runter. Also links runter. Hm, zack. Gleich zurück. Sind alle, sind alle fehlend. Was geht denn bei dem... Ach, ich geh nicht mehr zu dem Grimm. Keine Ahnung. Ich geh jetzt mal zum Greystone. Ja, wär eigentlich besser. Weil der Greystone... Aber der ist halt auch gegen Grux, ne? Der Greystone. Na, macht nix. Ja, den kriegt er wahrscheinlich nicht down. Oh, je. Geh doch zurück, wenn du siehst, du kassierst. Also manche Leute sind echt... Ja. Ich will ja nicht sagen behindert, aber doch irgendwie schon. Oh, Grux. Oh, jetzt ist der da kaputt. Oh, der fickt mich auch noch. Oh, was will der Greystone machen? Er springt voll drauf. Also, oh mein Gott. Ist der behindert? Der Grux hat ihn jetzt voll auseinandernehmen können. Okay, der hat noch... Nice. So, es war Greystone. Ich dachte, der Quang wäre hier. Das ist doch kein... Ach, stellst du einen Sammler da? Ja. Ach, schlau. Damit ich level ab, man kriegt hier. Jop. Also, ich glaub, der Quang, der wird uns kaputt machen. Hm. Das glaube ich, das glaube ich. Hat der den jetzt echt gepult, ey? Oh, komm schon, Alter. Keiner hat, der noch die Ulti ins Brenzlicht wird. Ja, ich würde mir nicht für Zweck. Äh, Murdoch ist und waren zielen gerade drüben. Oh, das ist nicht gut. Soll ich den Holy Satan? Ja, komm. Ja, warte. Aber ich bin bei Ihnen so. Oh, Mann. Boah, jetzt hat er mich übelst gehuckt. Bin noch am Weg zu dir. Alter, krieg ich noch einen Schuss ab. Ey, was geht denn mit dem Grimm da drüben? Ja, der Tower ist down. Ja, der Grimm hat so eine große Fresse und die haben verkackt, ja, ey. Das sind die Besten, oder? Das ist... Naja. Ja, die Tower ist weg. Alter, die Minions. Wer bleibt denn der Hawitzer? That's a good question. Ich glaube, ich gehe mir mal Wards kaufen. Kann da noch einen. Er hat auch gerade einen gekauft. Ja, ich kann einen kurzen Sammler da hinstellen und dann gehe ich weg. Aber... Okay, Grimm ist auf dem Weg zur Right Lane. Ja, wenn du den Schlüssel hast, kann... Ja, wohl nicht. Ich brauche noch drei Punkte. Ja, Punkt. Wie du wirst. Ich behalte ihn nochmal kurz. Vielleicht können wir in der Mitte noch einen stellen. Hab schon. Was so, hä? Am OP und rechts. Eigentlich habe ich beim OP gestellt. Hm. Komisch. Also, ich sehe da keinen. Hm. Achso, ich habe rüber geholtert, deswegen. Oh, wow, wow. Warum ist denn niemand links? Hä? Der Gegner wird doch angegriffen. Aber Greystone hätte richtig gut pushen können jetzt. Ja. Jetzt ist Krux wieder da. Übergefeedet wahrscheinlich und will mich jetzt voll. Ah, da steht ein Ward. Die Warden halt auch krass unter dem Jungle, so wie es aussieht. Ja. Oh, jetzt stellen die hier auch ein Ward auf. Komm mal da rein. Ja, warte. Ich mache jetzt erstmal deren Ward kaputt. Die sehen mich halt hier. Egal, rein da. Ich kann ulten. Ja, warte. Haben die da noch ein Ward? Äh, ich will nicht gegen die, Alter. Das ist... Ich kriege den Richter nicht kaputt und... Oh, Mitte. Du musst... Guck mal ein bisschen auf die Mitte. Hm, okay. Ja, ich... Die hatte wie schnell einen Platzen, der, ey. Alter. Was machen die denn? Der war full life ungefähr so, oder so 80% etwa. Ich will ulten. Alter, hier kommt einer. Achtung, alle kommen. Geh weg, der. Ja, wie denn? Rückwärtsgang. Das ist lustig. Oder wir streiten. Ja, aber ich bin dran, so. Ja, nee. Da kommt noch einer weg. Wer denn? Ja, der... Ja, das ist lustig. Alter. Ich konnte doch nicht mal die Ulti machen. Ich habe auf einmal so krass ein Damage bekommen. Ja, geh dir ein Ulti. Ach so. Alter Schwede, ey. Was ist das für ein Team? Ah, ich flippe ein bisschen aus. Ja, Mitte fällt. Ja, warum läuft Toy auch Richtung... Unser Grimm Level 7, so. Äh, wie ist das? Letze Sekunden tot. Flame. Ich habe jetzt halt auch voll keinen Farm, gell? Also, die sind schon bei 21. Deren... Deren... Deren Quang 4, 0. No. Der baut alles mit... Der baut alles mit... Was macht Grimm denn im Jungle? Der holt sich den Red Buff. Ah, egal. Äh, was wollte ich sagen? Ach so, der kommt mal. Der macht alles mit den 1er Karten voll, damit er die Leben... Äh, den Schaden da bekommt. Und... What is happening? 08. Warum rent Greystone low life da? Aber wir kriegen richtig aufs Maul. Diese Runde. No. Weißt du, da hinten ist ein Ward und der... Alter. Ja, den kann ich auch nicht ulten. Um den Krieg zu holen, oder? In 10 Sekunden ulti. Also, der hat... Wo ist der Greystone? Hol dir. Weiß ich, wie es mit seinem Mana aussieht? Nein. Oh, Mann. Ich kann mich schießen. Na, ich hab ihn. Ja, und der... Was ist denn das hier? Komm, mach den hier. Oh, ich bin down. Achtung, da kommt noch was. Ja, ich flacke gegen den Dings. Ulti, ulti. Jetzt fucking quang. Ich bin down. Alter. Könnt mich mal. Da ist kein Tower, denk dran. Oh, ey. Ich regeneriere ja gar kein Leben. Ich kam nicht mehr weg. Ich kam nicht mehr weg. Ich kann machen, was ich will. Guck mal den... Greystone an, ey. Er macht gar keinen Schaden. Ja, er wollte Tank spielen. Weißt du, er geht gegen Level 10er Murdoch. Anstatt, dass er seine Q macht. Alter. What the fuck? Er macht die Q nicht. 1,13, ey. Und den einen Kill, glaubt mir der Howitz war sogar noch. Können wir direkt aufgeben bei 20. Ja, mach mal. Ach du Scheiße, ey. Zwei Tower weg. 1,13, ey. Wie krass wir überrannt werden. Bro. Etwas crazy. Und ich brauche Punkte hier. Wenn ich einen Donnerspalter mir gut legen kann. Hm. Eventuell machen die Orb jetzt. Das kann gut sein. Nee, die sind da unten. Hm. Geh mal Bluebird vor. Greystone auf, kein der Base. Och nee, was ist das für eine Runde, ey. Oh, hier ist Quang. Wir sind zu zweit, machen mal einen Jungle. No. Nein, Ulten. Heiliger Bimbam. Oh yes. Wax in der Mitte. Und den nicht pullen. Ich habe Bock, dass die jetzt da aus dem Jungle kommen. Okay, was machst du? Ich muss schon knutschen gehen. Wir müssen warden, warden, warden. Rechts sind zwei auf der Lane. Oh. Ich glaube, du bist tot. No. Oh, die rennen ja hier vollkommen durch, ey. Krass. Lol. Alter, warum kriege ich so einen krassen... Ich kann überhaupt nichts machen, ey. Ja, das können wir direkt aufgeben, Alter. Die Runde ist verkackt. Wir kommen, glaube ich, nicht mehr zum Aufgeben. Nee, kommen wir auch nicht. Keine Chance. Guck mal, Inip Down. Alter, 1,16. Ja, der ist auch tot. Komm, stelle ich einfach in die Base, ey. Also so wurde ich ewig lang nicht mehr fundiert, ey. Ja. Vielleicht sind die auch ein komplettes Primate-Team oder so. Oh, Richtor Ding drin. Ja, habe ich aber auch in meinem Richtor Deck. Ja, das ist voll geil. Da kannst du reinulten und direkt die Ulti zünden. Mö, la. Voll der geile Initiate. Geh doch hinter... Alter, was... Rick, dort nix! Rein, nimm doch hinterher, Mann! Was ist los mit dir? Du Käsekuchen, Alter. Noll. Ich bin schon wieder tot. Nächste Runde spiele ich Rugs. Ich bin bald Ulti-Ready. Guck mal, das GTO-FO von dem zieht ihm nix mal ab. Oh mein Goooott. Haha. Toll. Oh mein Gott. Und noch einer tot? Psst. Was macht der halt? Auch hier dem Typ hinterher. Haha. Der, du Penner. Achtung, da kommt noch was zu dir. Links platzt jetzt auf den jetzt. Oh Mann. Ja, ja, bitte, ja. Ach, Junge, Junge. For the world. Halleluja, was war das für eine Runde, ey. Das habe ich auch noch nicht erlebt. Das war echt crazy, Mann. Also die Runde war echt crazy. Vor allem, die haben drei Nahkämpfer gehabt, gell? Und nehmen uns so auseinander. Na? Das ist schon heftig, ey. Okay, der, unser, wie heißt der, Greystone war komplett für den Arsch. Der Grimm, total scheiße. Was ist denn der da für ein Token dabei? Der gebaut, Mann. Hä? Leben? Life-Rack-Token nimmt der mit. What? Oh Gott. Vor allem die Zenturi-Karte. Warum nimmt denn der, der Grimm, hä? Der Grimm, guck mal, der nimmt zehn Lebensrauben mit am Anfang. Was ist das hier? Achso, Schutztotem. Des Magiers mit Mana? Man braucht doch als Grimm keinen Mana. So, das bin ich. Ja, der hat echt, was hat denn der gebaut hier? Leben, Leben, okay. Starb der Härte. Okay. Naja, okay. Gut, Pamarillos. Also so haben wir echt selten auf die Fresse gekriegt. Es hat auch keinen Spaß gemacht, muss ich sagen. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge. Und bis dahin, stay Pam. Tschüss. Pam. Anzug. Bitte markiere meine Feinde. Denn danach kannst du schnell das Abonnieren-Fenster einblenden. Klick da drauf, dann habt ihr mich auf dem Radar. Denn das ist im Battle wichtig, damit ihr nichts verpasst. Also tritt mir in den Arsch, damit ich Feinden in den Arsch. Tritt, schick den Kommentar. Denn das Zeit und das spart Leben. Für mehr Energie müsst ihr nur Daumen hoch drücken, denn mein Highscore kann sich nicht einfach so füllen. Ach du Scheiße, ich habe Verbindungsbrot. Ja. Vielen Dank.